Wie letzte Woche im Blick auf die Woche angekündigt, sind die Aktienmärkte in die Korrektur gegangen. Der DAX alleine hat 4% verloren. Dazu jetzt die politischen Ereignisse in Russland. Hier überschlagen sich die Nachrichten, wir haben es am Freitag, Samstag und Sonntag gesehen. Der Aufstand, es ging, dass die Panzer Richtung Moskau unterwegs waren. Das Ganze hat zu viel Irritationen geführt. Die Volatilität auch heute Morgen höher als noch am Freitag. Und die spannende Frage wird sein, was machen jetzt die Märkte daraus? Verunsicherung mögen Börsen grundsätzlich nicht. Also wie geht es jetzt weiter in der laufenden Woche? Mehr dazu in meinem heutigen Wochenausblick. Ja, eine spannende Woche liegt hinter uns. Wie erwartet ist der Markt in die Korrektur gegangen. Dass wir allerdings dann zum Wochenende hin dann solche dramatischen Nachrichten aus Russland bekommen haben. Damit hat wahrscheinlich niemand so wirklich gerechnet. Und wenn wir uns das jetzt gleich auch im Markt anschauen, heute Morgen natürlich Verunsicherung. Trotzdem muss man ganz klar sagen, es ist auch schon wieder Beruhigung eingetreten. Die asiatische Märkte dann deutlich freundlicher unterwegs, als noch ursprünglich im Wochenendhandel zu sehen war. Ja, doch was ist bis jetzt an Porzellan zerschlagen worden? Und vor allen Dingen, wie könnt ihr das für euch jetzt nutzen in dieser Woche im Trading? Dazu mehr heute im Blick auf die Woche. Und dafür nehme ich euch jetzt einmal mit auf meinen Monitor. Ihr seht hier den S&P 500 Index. Und hier ist wirklich sehr, sehr schön zu sehen, wie wir in den letzten fünf Handelstagen in die Korrektur hineingegangen sind. Die Märkte sind hier um zwei Prozent im Durchschnitt gefallen, der S&P 500. Und das Spannende ist natürlich, dass wir das wirklich ja taggenau dann auch ankündigen konnten. Letzte Woche im Blick auf die Woche, dass wir mit hoher Wahrscheinlichkeit hier in diese Korrektur auch hineinlaufen. Das ist ja auch wirklich gut zu sehen. Am Montag ging es dann hier mit dem Start noch etwas höher los und dann der Abverkauf dann über die gesamte Woche. Das ist etwas, das lernt man als Trader eben mit der Zeit. Das ist auch etwas, was wir heute bei uns im Mentoring dann nochmal detailliert besprochen haben. Genau auch wie schon wie letzte Woche. Warum dann Märkte an solchen Stellen dann auch fallen, was es bedeutet, eben keine neuen Positionen aufzumachen. Welche Dinge auch dahinter stehen, auch wenn man noch gar nicht wusste, dass die Russland-Krise kommt. Trotzdem gab es natürlich schon viele Anzeichen. Und wie gesagt, wir haben ja auch im letzten Blick auf die Woche darauf hingewiesen, dass dieses Szenario das Wahrscheinlichste ist, was eintritt. Jetzt müssen wir schauen, okay, wie verarbeitet der Markt heute am Montag und auch am Dienstag die Nachrichten aus Russland. Putin ist sicherlich deutlich geschwächt durch das, was wir in der letzten Woche gesehen haben, ob das dann Auswirkungen auf den europäischen und auch auf den amerikanischen Markt hat. Das werden wir sicherlich in den nächsten 48 Stunden eben sehr gut sehen. Wichtig ist hier sicherlich erstmal, dass wir hier auf der einen Seite hier diese wichtige Marke haben, die Ausbruchsmarke bei gut 4.300 Punkte. Und damit der Trend natürlich aktiv ist und aktiv auch bleibt, ist sicherlich hier der Bereich um die 4.250 Punkte. Das Entscheidende. Hier sollte der Markt auf keinen Fall drunter fallen, weil ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit super, super groß, dass wir in das sogenannte Sommerloch fallen. Was es damit auf sich hat und ob wir das auch in anderen Märkten sehen, dazu am Ende mehr. Grundsätzlich lässt sich erstmal sagen, dass das, was wir jetzt gesehen haben, in der letzten Woche eine erst einmal normale Korrektur war. Ja, alles noch trendbestätigend im S&P 500. Auch in vielen der Aktien aus dem S&P 500 sehen wir ein ähnliches Bild. Das Einzige, was man jetzt einfach abwarten muss, ist tatsächlich das, was die Märkte gerade in den USA jetzt heute am Montag oder am Dienstag einfach aus der Situation in Russland am Ende des Tages machen. Werfen wir einen Blick auf den Nasdaq-Index. Hier konnten wir sehen, dass wir eine super starke Bewegung gesehen haben. In der Woche vor dem Verfall, es ist um 7% nach oben gegangen. Mein eigenes Handelskonto auch sehr, sehr stark gestiegen in dieser Phase. Auch hier, wie gesagt, in der Analyse sehr gut gewesen. Keine neuen Positionen auf der Long-Seite aufgenommen. In der abgelaufenen Handelswoche 2% ging es bergab. Das ist eben das Thema Feintuning. Das sind solche Dinge in der Analyse. Wieso, weshalb, warum passieren solche Korrekturen? Das ist deswegen wichtig, weil dann macht man eben keine neuen Positionen auf, sondern immer erst am Ende der Korrektur, damit man dann wieder die gesamte Bewegung nach oben mitbekommt und dadurch natürlich massiv am Ende des Tages dann auch als Trader profitiert, weil nur so ist es möglich, kontinuierlich hohe zweistelligen Renditen zu erzielen, vor allen Dingen im Idealfall Monat für Monat. Wie geht es jetzt weiter im Nasdaq-Index? Wie gesagt, wir haben hier die Korrektur. Dasselbe wie für den S&P gilt natürlich auch für den Nasdaq. Bisher ist alles Trendbestätigend. Das sieht gut aus, allerdings die Breite, das muss man auch ganz klar sagen, hat in den letzten Tagen tatsächlich gelitten. Wir haben heute Morgen im Metowing uns mit unseren Kunden gemeinsam eben den Screening-Prozess, den Nasdaq auch angeschaut in den einzelnen Werten. Es gibt immer noch einige wirklich gute Aktien, die sehr stark sind, aber auf der anderen Seite gibt es eben die breite Masse, die jetzt doch nicht mehr so stark aussieht wie in den zwei Wochen davor. Also von daher eine leichte Vorsicht, trotzdem, wenn wir hier nach oben weglaufen, vor allen Dingen, wenn wir hier über das letzte Hoch hier vom Donnerstag hinweglaufen, dann denke ich, haben wir hier gute Chancen, dass wir auch wieder die Hochs anlaufen und darüber hinaus dann auch wieder ein neues Jahreshoch am Ende des Tages markieren. Kritisch wird die Situation dann, und das ist euch sicherlich ja auch klar, wenn wir hier die 14.300-Punkte-Marke nach unten verlassen. Das heißt, wir haben hier etwa 600 Punkte oder anders ausgerückt, etwa gut 4 Prozent, wenn es hier also nach unten weglaufen sollte, dann ist der Trend dahin. Und dann muss man auch sagen, ganz klar, dann wird es auch wirklich, wirklich schwierig für den gesamten Markt, auch für die einzelnen Aktien, vor allen Dingen die, die in den letzten Wochen die Märkte so massivst nach oben getrieben haben. Denn es sind nur einige wenige gewesen, Technologietitel, die die Märkte hier nach oben gebracht haben, unter anderem eben NVIDIA, die wir ja auch bei uns im Screening-Dienst schon lange drin haben, mit der wir unfassbar viele Performance in den letzten Wochen machen konnten. Und da ist einfach der wichtige Punkt, diese Auswahl zu wissen, okay, welche Indizes und welche Aktien, das ist eigentlich am Ende des Tages das, was das Handeln am Ende des Tages wirklich so mega erfolgreich macht. Denn es geht nicht darum, im Index einfach mal so 4, 5, 6 Prozent mitzunehmen, sondern die Aktien zu erwischen, wie beispielsweise hier eine NVDA. Ich zeige euch das Ganze nochmal, was so den großen Unterschied tatsächlich im Handel dann ausmacht, dass wir hier vom Einstieg in NVIDIA hier gut 50 Prozent Performance mitnehmen konnten schon. Und das ist eben das, worum es am Ende des Tages geht, also diese Bausteine zusammenzubringen, was wir hier am Blick auf die Woche machen und dann im weiteren Prozess natürlich bei uns auch eben in den Mentorings dann, wie findet man dann am Ende des Tages die richtigen Aktien. Das kann man sich natürlich auch alles selber mit der Zeit beibringen, das funktioniert auch, aber es ist eben doch deutlich mühsamer. Und wie gesagt, gerade wenn man auf die Indizes schaut, ist es eben immer, immer wichtig, ein gutes Gefühl zu bekommen. Und dieses Gefühl ist nichts anderes als Fakten aus der Vergangenheit. Das muss man auch immer sagen, weil ich auch oft gefragt werde, wie kann man das so genau vorhersagen. Und ja, das liegt daran, ich mache das seit über 25 Jahren und man kennt natürlich die Muster, man kennt auch die Dinge, die sich immer und immer und immer wiederholen. Und dann weiß man eigentlich fast genau, wo man darauf achten muss, zu welcher Zeit wirklich eine Korrektur ansteht oder wann diese Korrektur am Ende des Tages eben beendet ist. Hier wissen wir auch ganz klar, wenn der Markt sich hier stabilisiert, hier oberhalb bleibt, dann einen starken Tag mit sich bringt, beispielsweise über die 15.100 Leute, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr, sehr groß, dass es hier jetzt zum nächsten Step nach oben geht. So, der amerikanische Markt also super, hui, deutscher Markt eher pfui. Wir haben hier ein neues hochmarkiert am Freitag, hier war der große Verfallstag gewesen und seitdem geht es hier massiv bergab. Wir sehen das hier, die ganze Abwärtsbewegung, wir haben es nicht geschafft, uns oberhalb der Ausbruchsmarke zu halten. Im Gegenteil, wir laufen jetzt sogar hier Richtung Tiefs. Das wäre natürlich ganz, ganz bitter, wenn der Markt hier unter die 15.640 fällt. Dazu kommt noch, dass auch unser hausinternes Sechs-Phasen-Modell auch zwischenzeitlich von Grün auf Gelb gesprungen ist. Bedeutet, wir sind hier in eine marktneutrale Phase auch übergegangen. Das heißt, Neupositionen werden wir hier bei uns im Haus jetzt nicht mehr vornehmen. Das macht einfach für uns im deutschen Markt einfach überhaupt keinen Sinn. Das heißt also, wenn wir uns die ganze Gemengelage einmal nochmal in Ruhe anschauen, die Volatilität ist etwas angestiegen. Warum? Aufgrund der Russland-Krise, die wir haben, es steht noch nicht fest, wie Putin im Prinzip daraus am Ende des Tages wirklich herauskommt. und ob das Einfluss auf die Finanzmärkte hat. Eins ist aber klar, wenn der DAX weiterhin zur Schwäche neigt und der amerikanische Markt auch, dann werden wir in dieses sogenannte Sommerloch fallen. Das kennen wir aus anderen Jahren immer wieder. Wenn ihr mal in die Vergangenheit schaut, mehrere Jahre euch mal rückwirkend anschaut, dann werdet ihr sehr schnell feststellen, dass wir sehr häufig das sehen, dass wir in diesen Monaten, Juli, August, September, immer oft eher schwache Kurse sehen. Häufig sind es tatsächlich Faktoren, die dann von außen kommen, wie jetzt beispielsweise tatsächlich die Russland-Krise. Und das sind dann oft so die Initialzündungen, warum es dann plötzlich in die ein oder andere Richtung dann am Ende des Tages dann plötzlich nach unten wegknallt. Und am Ende denkt man sich, naja, wieso hat man eigentlich hier so viel abverkauft? Das sind natürlich auch die Sommermonate. Die Ferien haben gerade angefangen in NRW. Das hat auch viel Einfluss auf die Märkte. Warum? Die Liquidität geht einfach raus in den Sommermonaten, weil viele Menschen im Urlaub sind, nicht nur in NRW, sondern natürlich überall in Deutschland und nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, auf der ganzen Welt. In den Sommermonaten sehen wir das immer wieder. Liquidität geht nach unten. Und wenn dann negative Nachrichten kommen, dann schlägt das Ganze einfach durch, weil einfach nicht genügend Leute da sind, die diese Märkte dann auffangen und wieder nach oben kaufen. Das passiert dann meistens erst im Herbst. Also, ganz klar, amerikanischer Markt sieht weiterhin gut aus. Trotzdem, Störfeuer, so ein bisschen Wasser in den Wein ist tatsächlich wohler als angestiegen. Krise in Russland. Es bleibt also abzuwarten, wie ja der Markt in den nächsten Tagen darauf reagiert. Stabilisiert er sich hier auf diesem Niveau perfekt, dann haben wir sicherlich das ideale Szenario für neue Einstiege in gute Positionen. Alle anderen wie Nvidia werde ich natürlich weiterhin beibehalten und weiterhin draufsetzen, dass es hier weiter steigende Kurse gibt. Ja, und wenn du wissen möchtest, wie du auch Stück für Stück immer weiter vorankommen kannst, im Trading oder auch im Investment, dann möchte ich dir hier zum Schluss noch eine kleine Empfehlung hier am Rande vielleicht mitgeben, falls du mein Buch noch nicht bestellt hast, ganz aktuell, jetzt erst seit einigen Tagen im Markt, dein Millionendepot. Den Link dazu, den setze ich auch noch mit in die Shownotes. Du musst einfach draufklicken und bestellen. Wichtig ist mir hier ganz klar zu zeigen, wie schaffst auch du es, ein Millionendepot am Ende des Tages aufzubauen. Ich selber habe ja vor 25 Jahren angefangen, in den hauptberuflichen Handel zu gehen und daraus dann die erste Million in fünf Jahren aufzubauen und dann immer Stück für Stück dieses Vermögen weiter auf- und auszubauen. Mit Trading und Investmentstrategien zum Erfolg zu kommen, das ist das, was mir wichtig ist und das möchte ich eben gerne weitergeben. Und wenn du Lust hast zu erfahren, wie auch du das machen kannst, dann nutz die Chance und bestell das Buch zum Selbstkostenpreis. 5,95 kostet es. Es sind wirklich nur die Druckkosten für dieses Buch und der Versand, weil es mir einfach eine wichtige Herzensangelegenheit ist, möglichst vielen Menschen diesen Einblick dann zu geben, wie man tatsächlich es schaffen kann, Stück für Stück dann in die finanzielle Unabhängigkeit zu kommen. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag, erfolgreiche Woche. Mach's gut, bis dahin. Ciao.